Ja, hi zusammen, mein Name ist Benjamin Leuchter, ich freue mich sehr dieses Jahr bei dem VLN Fanpage Kart Event dabei zu sein. Kommt fleißig vorbei, drückt uns die Daumen, ihr könnt euch gerne auch noch selbst anmelden, würde mich freuen, wenn ich mit dem ein oder anderen Fan da aufs Podium fahren könnte. Schaltet fleißig ein, kommt vorbei und drückt uns die Daumen.